Ich würde ja gerne plaudern, aber ich muss erst Poké finden. Ich verstehe, Freunde sind wichtig. Jep. Wartet mal. Zählen. Werfen. Hä? Wie? Geht nicht kaputt. Ging jetzt daneben? Ist komisch. Kann ich ihn abwerfen? Hä? Hä? Ruf mich nicht abwerfen. Das ist ja voll komisch. Guck, ich ziehe direkt auf ihn. Ne? Okay, klappt nicht. Gut. Uh. Grabenzange gefunden. Also, das sieht doch jetzt mal... Okay, naja, snap. Wer versucht denn da wieder was von mir zu verstecken? Kann ich nicht ins Wasser? Nein, kann ich ins Wasser. Kann ich hier ins Wasser? Nein, kann ich auch nicht. Kiste! So, was haben wir hier? Uso. Ich trinke Uso, was machst du so? Durchbruch. Durchbruch. Ach, lol. Jetzt sind wir hier wieder. Ist ja cool. Am Anfang war das gerade. Ist ja fett. Finde ich jetzt witzig. Kann ich mit der Pflanze hier was einstellen? Nein, kann ich nicht. Schade. Da vorne war die Kiste. Ja, das sieht schön aus. Da fliegen nämlich Vögel rum. Cool. Sehr vorsichtig. Die meisten Monster... Die meisten Monster bemerken dich selbst aus großer Entfernung. Manche Monster sind angriffslustig, aber andere lassen dich in Ruhe, wenn du ihnen nicht zu nahe kommst. Die meisten Monster bemerken dich, wenn das... Achso, Entschuldigung, dazu beholen sie gerade, wenn sie dich sehen oder hören. Also, bleibt immer schön unauffällig. Vielleicht will ich das ja. Aber erstmal gehen wir kurz hoch und speichern das Ganze. Jaja, wir haben leider nicht mehr Speicherpunkte. Ich kann nicht schneller rennen. Hallo? Achso, warte. Hä? Oh, ein Reisner. Gib mir Erinnerungen. Ja. Denk gut. Ja. Ja. Tschüss. Sehr schön, wir müssen ziemlich nah an den Rand stellen. Da kann man das speichern, das finde ich gut. Da ist auch noch ein Schild. Kartenanzeigen. Zum Anzeigen der Karte. Ja, das ist ja klar. Ich weiß zwar nicht, ich weiß, ob ich das hier eigentlich einziehen soll, aber es ist okay. Warte mal. Ah, da ist jetzt drüben der Rucksack. Da ist jetzt ein Aufstieg. Ein Händler, genau. Wo geht's da hin? Wo geht's da hin? Sekunde, Leute. Ah, so. Kurz das Trinken müssen. Hm? Hm? Ah, kapiert. Ah, ja. Ah, ja. So, du bleibst mal da. Ich komme noch ein bisschen oben. Das sind kaputte Brücken schon mal. Okay. Da ist was? Was ist das? Du kannst ihn mitnehmen. Ernsthaft? Kannst du mir die nicht klappen? Rallyogen! Nächster! Ah, okay. Die kommen immer nacheinander. Das ist sehr cool. Wenn man speichern, kriegt man auch wieder Leben zurück. Finde ich auch cool. Bam! K.O. Es. Sehr schön. Dauertes Kampfes und so. Und Level ab. Kann ich da trotzdem rüber? Nein, ich kann da nicht rüber. Das ist eine Kiste. Ich kann da nicht gehen. Warum da ist die Kiste? Scheiße. Wir haben uns schon mal den Weg zurückgefunden. Warum ist es wieder zu? Hä? Wollte ich jetzt nicht verstehen, oder? So. Hab's geschafft. Ach, das ist wieder der Mr. Speicher, ne? Ja. Speichern nochmal kurz so. Ja. Perfekt. Tschüss. Zeit zum Lernen, wie man pariert. Wenn du direkt vor dem Eingriff parierst, wärst du deinen Eingriff damit komplett ab. Und damit kannst du dich nicht zum Gegenangriff übergehen. Warte. 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 Hä? Ach mein, das ist doch doof. Der macht das ja nicht gleich. Ah, jetzt ist aber echt extremes Time hier. Vielkeit zu parieren ist überlebenswichtig. Meister für sie und der Boden wird mit deinen Gegnern übersät sein. Alter, hört sich ja voll brutal an. Aber pass auf, wenn du parierst, verbrauchst du Hyper-Energie. Hyper-Energie. Der geile Beigen zeigt dir Hyper-Energie an. Und darüber sind deine Lebenspunkte. Jep. Du kannst deine Hyper-Energie regenerieren, indem du den Gegner schlägst oder trittst. Auch das Abwehren von Treffen regiert deine Hyper-Energie. Aber wir raten dir nicht, nur auf die Methode zu verlassen. Die Monster, diesmal so will, wohl auf Distanz bleiben. Ein Nahkopf ist zu einem Fall nicht leicht. Schicke einen Zauber zu ihm zurück. Pariere, bevor die seine Geschosse treffen. Das sollte funktionieren. Autsch. Ah, okay. Gut gemacht. Merke, dass Technik und du das mit den Monster-Simoners, die sich auf Ski zunutze machen. Die sich auf Ski zunutze. Ja, komm doch. Au, jetzt, jetzt. Komm da, jetzt zeig ich dir mal aus. Jetzt zeig ich dir mal, wie man auszahlt. So, boah, siehst du, diesen Fußkicker, Alter. Geil. Sieg. C. Ja, Gott, passiert. Der Schissner Lenden-Shorts. Krummissare. Ja, ich will noch mal speichern, bitte. Danke. So. Hier sind auch vier Fußabdrücke. Drum geht's lang und ich hier auch noch was. Das ist nur das Wasserrad, okay. Mir gefällt die Welt gerade voll. Voll toll. Hm, Leute. Das sieht doch mal total verdächtig aus. Ein riesiges Areal und da ist eine Kiste. Wird es jemals erfahren? Das wissen wir nicht. Ob das wirklich eine Falle war? Schlitzohrenschuhe gefunden. Ich lauf mal hier durch. Lala. Au. Komm her, mein Freund. Ja, genau. Fokussier mal. Danke. So, den haben wir schon mal. Ist mein anderer Kollege noch. Nächster Fight. Oh, das war's schon. Ist schon da? Da haben wir noch nicht getroffen. Ah. Kampf muss ich nur ein bisschen üben. Merke ich schon. Krumm ist, Leute. Krumm ist, zwar blauer Apfel. Aber es war ja klar, dass es sich einen Kampf gibt. Da kann man nicht drüber. Schade. Dann speichern wir das gerade nochmal. Ich habe Angst, dass ich den Spielabsturz. Ist auch perfekt. Dann gibt es den Speichervorgang. Schön. Ich nehme mal jede Kiste mit. Jede Kiste. Ach, das Ding wird wahrscheinlich ein Speicherteil sein. Auf der Karte. Das Sagen von Schweinehörnchen ist strengstens verboten. Strengstens. Strengstens verboten. Und so tu ich es nicht. Danke. Der hat angefangen. Äh, der ist tot. Ach so. Probierst du es mal im Parieren mal. Komm. Ah, okay, okay. Klappt. Das ist aber echt ZZ sein. Du. Echt zügig. So, S. Willst du es mal Drei gefunden? Sehr schön. Da geht es hoch. Da will ich ab und an nicht hoch. Das kommt mir zu früh. Was ist hier, Schweinehörnchen? Da war noch fast welche. Okay, da. Ich werfe schon noch ab. Was ist denn das? Da geht es nirgends hin. Ah, das ist ein Übergang. Sehr schön. Da geht es auch noch wo hoch. Hmm. Hmm. Ich will fragen, wo es weiter geht. Oh, kein Soundbuck. Hab nix gesagt. Hm. Was kann ein Waki machen? Und warum ist er mit ihm selbst argumentiert? Hmm. Branche. Ah, Neshoba. Dieser Waki ist kompromissing unsere Pläne. All right. Dafür, dass ein Erzeugung drin ist, hast du echt ein paar Bugs, mein Freund. Also, lieber Entwickler, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Bis wir mal gemerkt haben. Geht's noch? Ah, okay. Ich hab kurz die Aufnahme abgebraucht, weil ich es jetzt abstürzt. Irgendwas ist das Auto. So. Du hast da hinten weiter. Geht's dir mal lieber hier lang. Hallo. Pui. Und weg sind sie. Was wissen, wenn ich da drauf geh? Okay. Die Zahnrad ist kaputt. Das muss ein neues sein, um diesen Mechanismus reparieren zu können. Zahnrad einsetzen? Nichts tun. Zahnrad einsetzen. Eine Sorge weniger. Ist der Trümer auch noch was kaputt? Zahnrad ist kaputt. Ah, wir brauchen zwei davon. Hier gibt's aber nix, ne? Dann gehen wir mal da rüber. Dann müssen wir uns umschauen. Hier können wir irgendwo noch ein zweites Zahnrad. Na, cool. Ich wollte mich ja dafür nutzen, dass wir, ähm, das Schiff reparieren, aber es ist auch nicht tragisch. Uah! Hallo! Ich hab einen Luftangriff gestartet. Was für eine Sauerei. Komm schon. Nächster Kampf. Ah, da war ne Falle. So, kurz mal. Das ist kaputt. Stufe höher. Juhu. Aber die bringt es uns auch was, wenn wir Level-Ups haben. Oh, guck mal. Fang-Leist. Ach, das ist ja was noch so. Ich dachte, man könnte das Zeug kommen. Jetzt müssen wir umschauen. Okay, dann halt nicht. Guck mal, da fliegen Wale rum. Süß. Okay. Dann geht unsere Reise nun weiter. Wir scheinen uns um. Ha, schauen uns um. Höhöhö. Hochspiel. Denk da an, was zum Essen mitzunehmen, wenn du auf Reisen gehst. Das bringt dich wieder auf die Beine. Schweinhörnchen streifen oft mit Äpfeln herum von einem Schweinhörnchenflüsterer. Ah, ja. Da drüben waren wir ja gerade, ne? Nee, das ist immer gar nicht hingekommen. So war's. Komm her. So. Ach, das ist das Gesetze. Ich bin überhaupt ein leichter Antlitzer auf die Nase. Pflup. Kann man aufs Maul gekriegen. Dauert es kaum bis zwölf Sekunden. Dementsprechend krieg ich mal auch Erfahrungspunkte, ne? Das finde ich bis jetzt, ich schaue mir der Kampf nach aus, oder das dann halt zukommt. Wenn du genau einen Moment blockst, in dem du in der Gegner einen Treffer landet, kannst du einen perfekten Block machen, ne? Leidest du keinerlei Schaden, regenerierst du Ski und Hyper-Energie. Da kann man nicht lagen. Die Krieg ist aber zett. Auch wieder S. Sechs Sekunden der Kampf. Nicht schlecht. Richtig einen Blick aufs Maul gehauen. Ah, da drüben können wir das speichern. Sehr schön. Wir haben gleich zwei von den Freaks. Ja? Speichern wir aber kurz. So. Prüsch dich. Kommt her, meine Freunde. Nächster Kampf. Au. Ich hab mich richtig nicht gesehen. Das war doof. Geht trotzdem, es dafür wahrscheinlich so, weil es zwei waren. Elitenerschein, ein 14, Maximalschein, 42, Treffer, 18, Technik, 0. Ich brauch keine Technik. Wie war denn das? Soll ich halt gerade gar nicht zuschlagen, ne? So, egal. Erstmal Felsbron raus, zielen, anvisieren, Feuer. Oh shit. Das sieht groß und böse aus. Hallo? 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 Ja, ich hab schon mal kurz was essen. Ja, teilt aus. Ja, ja, jetzt regt er aufs Maul. Ist auch mal okay. Ja, dann block doch weich aus. Also ich habe schon eine abgefuckte Perspektive gerade. hallo aufmachen ja hallo danke kuchen die tolle gefunden zielen ich weiß zwar nicht wo wir da hinkommen ich habe das gefühl hier sollten wir noch nicht sein ich glaube hier sollten wir definitiv nicht so ich kann ja nichts machen wir müssen mal kurz zurück und ich will da der geste damit nicht hin wie kann ich da hinkommen karte 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 ich musste erst da kapiert der dd ach so ist ja mein feldsburg wurde ich auch gerade weg da war mir kurzen und ich bin gleich wieder für sie da sprechen und bis gleich sehr geehrte damen und herren ich heiße jetzt willkommen zurück am stück bei schwein die sport einfach so rei geht ja ich selbst schmort nun mal so die frage an sich stehe leider geht nicht die spiel ist doch zu kinderfreundlich jetzt hier ach komm mal da muss ich auch durchkommen oder um geht es weiter ok da auch mal hier lang gucken was passiert bantarianisches lager das ist dein das ist dein Jetzt ist er so gut. Ich weiß nicht, dass ich sie nicht mehr schraue. Ich kann sie nicht mehr schraue. Ich kann sie nicht mehr schraue. Okay, okay, einfach relax. Ich glaube, ich werde nur mit der Situation überlegen. Oh oh. In your face. Jetzt ist er so gut. Nicht so schnell. Lass uns lernen, kleine Junge. Huh? Um... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ja, aber ich mag etwas mehr. Yum, 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 yum. Es ist... noch etwas... ein bisschen mehr Speise, bitte. Danke. Das ist schrecklich! Du frisst auch halt nur einen Arm. Das sollte ein Lachen sein. Ich bin nicht... Don't panic, Poki. Du wirst bald wachsen. Das ist... Das ist nur eine Nacht hier. Ich glaube nicht, Poki. Ich glaube nicht. Knack, 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 knack. Ah, ich spiele mal Poki. Cool. Arm fallen lassen. Verteidigen. Verteidigen! Komm mir nicht zu, nein! Komm her, mein Alter. Ich bin Poki, Alter. Komm her, los! Ah, das ist nur ein Brot, hä? Wow, ist aber das Maubekommen, der Kleine. Das ist echt schwer aufpassen. Boogie, Level 1. Oh Gott, oh Gott. Großer Knochen. Die Zornbugs nerven gerade. Die Zornbugs nerven gerade. Oh Gott. Ich hoffe doch am nächsten Tag ein Update raus, sonst kotze ich. Mein Name ist Rosalia. Und meine Reisegefährte heißt Kane. Er freut dich, kennenzulernen, kleiner Wacki. Ich heiße Poki. Und ich bin gar nicht so klein, für einen Wacki zumindest. Rosali, bei allem Respekt. Wir verschwinden dir wertvolle Zeit. Ich war auf meinem Flugschiff. Dem schönsten von Gankimpao. Asanoa heißt es. Aber wir sind abgeschätzt. Und ich war zu Suizidal und bin runtergesprungen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie schwer es heutzutage ist, einen guten Piloten zu finden. Mein Freund Shadow ist vielleicht verletzt. Ich werde doch einfach vom Flugschiff gesprungen, so wie ich. Ich wollte nicht mehr leben. Es hat kein Sinn mehr gemacht für mich. Nun gut. Wir glauben, dass du ehrlich bist, Kleiner. Aber wir können dir leider nicht helfen. Das reicht, Kane. Ich jedenfalls werde Poki nicht in diesem unheilvollen Wald alleine lassen. Rosalia, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Bitte mach mir diese Aufgabe nicht schwerer, als sie ohnehin schon ist. Aber nein. Wir haben Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit dem Vorsprung und so ein Vorteil ist dahin. Und ich versichere dir, dieser kleine Waki wird uns noch weiter zurückwerfen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber er ist völlig hilflos. Vielen Dank, Frau Rosalia. Ich bin ein Teddybär. Es war klug, dich zusammen zu bleiben. Ich bin mir sicher, Kane stimmt mir dazu. Ich hoffe, du kannst schnell laufen, Kleiner. Als du wieder aussiehst, glaube ich, wird das nichts. Poki ist zu deiner Gruppe gestoßen. Wuhu! Pok, Pok. So. Shadow ist verschwunden. Ich muss ihn finden. Am besten wäre es wohl im Moment, Kane und Rosalie zu folgen. Ja. Da ist du, da ist du, da ist du, da ist du. Warte mal. Ich bin gerade nicht ganz in der Nähe. Alle zusammen. Rennen. LT. RT. Boah, geil! Boah! Der präzise Bandscheibe! 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 Warte noch ein bisschen auf den Waki. Du musst mit dieser Disziplin ausrüsten, bevor du weiter kannst. Eine Disziplin? Eine Disziplin? Eine Disziplin? Was ist das? Etwas, was dir Fähigkeit verleiht. Wasser-Ski zu manipulieren. Man kann Wasser-Ski manipulieren. Ich nenne mich, ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Vertraue mir. Ich will nur ungern unterbrechen, aber es wird Zeit! Mittagessen! Menü öffnen! Q-Disziplin. Ausrüstung. Achso, ja. Ausrüstung. Und dann hier hin. Und dann äh... nach links und rechts navigieren. Ah, ja. Ja. Die Schilder auswählen. Äh... Ja. Ah, dann kann ich es auf eine Taste legen. Y? Ja, ich will speichern. Das wird gerade als merkwürdig. Wartet mal, ich muss hier erstmal noch lang. Ja. Ein bisschen lauter. Oh. Oh. Uh, so. Cool. Cool. Ja, komm, ich lege uns ein. Ja, komm, ich lege uns ein. Komm her, mein kleiner. Bäm. Huch. So, schwache Eingriffe. Und. Bäm. Ja man, wir haben es. Juhu. Vielleicht kommen wir noch nie lang, aber ist nicht schlimm. Wir haben es schon mal. Ah, da kommen wir mit Shines durch. Ich kann das nicht. Da haben wir auch ein paar Früchte schon am Start. Cool. Da haben wir viel kleineren Lebensbalken. Ah, guck mal. Ich habe doch gewusst, dass da unten ist. Ich bin runter. Ich bin hier unten. Hier oben meine ich. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Gut. Da müssen wir doch jetzt hier lang. Können wir kurz speichern. So, perfekt. Hui. 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 Wups. Das war zu viel. Haha, sorry. Da war ich zu rush und unterwegs. Ich habe gedacht, die stoppen jetzt nacheinander ab, die Felsbrocken. Ach, da muss ich rennen. Super. Okay. Gut, das ist ein Entfangswerter jetzt. Die lernen wir jetzt. Hui. 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 Ach, komm, Alter. Ich habe doch... Mann. Nimm mich jemals auf. Waaah. Flugharnchen. Flugharnchen. Am besten wäre es optimal, wenn man da ein Stück durchrennt. Kann man da alles kippisch durch irgendwo zu verstecken? Nein, hier gibt es nichts. Schade. Okay. 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 guckisch. Na, noch Mosch. Geist votiert die Schade. Tag. Vielen Dank.